Sie müssen sich nicht von vorne entscheiden, ich verbleibe in Ihrem Dienste und solange Sie der Herr hier sind, werden wir miteinander verbunden sein. Sie müssen nicht diesen Boden betreten, um mit mir zu sprechen. Wo Ihre Reisen Sie auch hinführen, Sie könnten mir mit Ihrem Willen nennen, wenn Sie nur Verbindung zu mir suchen. Oh, doch zunächst versteht sich der Wachtturm. Okay, hi ho. Das Festungsmenü. Wieder was Neues zu spielen. Sicherheit, Prestige und Gold. Ah, ja. Okay, das erhöht Sicherheit und Prestige, das sind alles schöne Sachen. Gucken wir erstmal, was wir hier haben. Status, nichts Neues, nichts Neues. Aktion, zur Zeit stehen keine Ereignisse. Ausbauten ist das, Gefolgsleute. Du musst die Kaserne errichten, um Gefolgsleute rekrutieren zu können. Gruppenverwaltung. Keine Gefährten zum Anheuern verfügbar. Okay. Da ist es jetzt Ausbauten. Die können wir uns mal angucken. Okay, die Liste ist lang. Gucken wir mal. Östliche Wachtturm könnten wir natürlich kaufen. Kp und drei Tage, okay. Der östliche Wachtturm regelt den Zugang zu den Waldend-Ebenen, die Kreuzung zwischen Kitten und Dürfurt und Trutzburg. Die Tore des westlichen Wachtturms schützen vor Eindringlich, die den Fluss Iskien überqueren. Erfordert Hauptburg. Hauptburg erfordert östlicher Wachtturm. Leuchthöhleinstanzsetzung. Die Instanzsetzung von Leuchthöhle ermöglicht dir Rastbohle zu erhalten, wenn du die Nacht in der Leuchthöhle verbringst. Das klingt auch sehr gut. Wahrscheinlich als nächstes nach dem östlichen Wachtturm mache ich mal die Leuchthöhle. Burghof. Im Burghof werden verschiedene Bedarfsgüter gelagert, um die Festung autark zu halten. Diese Verbesserung ermöglicht dir, die Anlage noch weiter auszubauen. Türme. Die Türme von Ketnoir ragen hoch über die Mauer der Festung. Durch den Ausbau der Türme erhältst du ein Wahrnehmungsbonus, wenn du die Leuchthöhle, wenn du in der Leuchthöhle rastest. Südliche Ringmauer. Die südliche Ringmauer bietet dem Burghof weiteren Schutz vor Eindringlingen, die aus dem Süden kommen. Westliche Ringmauer. Das selbe wie die südliche Bibliothek. Die Bibliothek von Ketnoir enthält unzählige Bände alten Wissens. Durch den Ausbau erhältst du einen Wissensbonus. Durch den Ausbau der Kaserne kannst du Gefolgsleute, die deine Festung verteidigen. Die Kerker von Ketnoir umfasst 19. Durch den Ausbau der Kerker kannst du deine Reise Gefangene nehmen. Händlerstände, durch den Erwerb von Händlerständen, kann ein Händler zufällige Güter in deiner großen Halle verkaufen. Klingt auch nicht schlecht. Die Handwerkshalle versorgt die Festung mit Waffen für die Verteidigung. Durch den Ausbau der Handwerkshalle erhältst du einen Gewandtheitsbonus, wenn in der Leuchthölle gerastet wird. Der Kohäsitätenladen enthält merkwürdig und zäzotische Kreaturenartefakte. Durch den Ausbau des Ladens generiert jede Runde ein zufälliges Kreaturenteil. Halle der Magieschmiede. Neumodische Verrichtungen werden in der Halle der Magieschmiede gelagert. Wenn durch die Reparatur der Halle erhältst du einen Bonus auf die Mechanikfertigkeit, wenn du in der Leuchthölle rastest. Die Kapelle ist das religiöse Zentrum. Durch den Ausbau der Kapelle erhältst du einen Entschlossenheitsbonus. Auf dem Forum werden Ideen und Strategien kultiviert und geteilt. Durch den Ausbau ein Intelligenzbonus. Übungsgelände, Kampffertigkeit verfeinern, Ausbau, Trinkesgelände, Machtbonus. Durch den Ausbau des Botanischen Karnes kann deine Festung eine Pflanze pro Runde generieren. Der hat mit zusätzlicher Sicherheit im Thema für Eindringlinge, die von der Rückseite auf die Burgstürme ein Hindernis darstellt. Durch den Ausbau des Irrkarnes erhältst du einen Heimlichkeitsbonus. Die Försterhütte wacht über die Wildnis in der Nähe der Festung. Der Ausbau der Hütte feiert den Burs auf die Fähigkeit zu überleben, wenn in der Leuchthölle gerastet wird. Außerdem erhält man Zugang zum Förster, der lukrative Golfgelder bietet. Wallanfahrt, die Wallanfahrt umgibt das Gebiet an der Burg durch deren Ausbau erhältst du sowohl einen Bonus auf Verfassung als auch auf Athletik. Leuchthölle Feuerstelle. Ein Heim ist nur so gemütlich wie sein Herd, denn dein Wiederhersteller könnte der Festung wieder etwas Ordnung verleihen. Okay, was die Feuerstelle bringt, kann ich nicht ganz so. Durch diesen Ausbau wird das Labor in der Leuchthöhle restauriert, was das bringt, weiß ich auch nicht. Durch diesen Ausbau wird das Hofbecken restauriert. Das ist vielleicht alles nur zum Prestige erheben. Okay, wir machen erstmal Sicherheit und Prestige hoch. Indem wir das kaufen. Ohne zweite Primastunde, östliche Wachtung, Bauten abgeschlossen. Sehr gut. Aktion steht zur Zeit keine zur Verfügung. Dann kommt jetzt als nächstes mal die Leuchthöhle. Ende den zwei Tagen, okay. Neue Quest, Meister in der Tiefe. Meine neue Burg wogt hin, habe ich darüber informiert, dass vor langer Zeit ein mächtiger Engvitada ein labyrinthartiges Verlies unter Kate Noah angelegt hat. Das jetzt all die endlosen Pfade von Noah bekannt ist. Das jetzt all die endlosen Pfade. Ort Noah wurde von den Leuten seiner Zeit für seine Taten umgebracht, aber die Burg wogt hin, schwirrt, dass unterhalb der Ruinen immer noch eine starke Macht existiert. Jedes Mal, wenn jemand versucht, geht Noah für sich zu beanspruchen, erwacht dieser Meister in der Tiefe und schickt eine Horde monsterlos, um denen entgegenzuwirken. Wenn ich mich nicht um die böse Präsenz kümmere, könnte ich schließlich das Schicksal der Edrianer erleiden, die versucht, dieses Land vor langer Zeit zu beanspruchen. Wenn ich beabsichtige, mich in dieser Festung niederzulassen, muss ich es wahrscheinlich mit dem Meister der Tiefe aufnehmen. Meine Burg wogt hin, drängte mich, in die endlose Pfade hinabzusteigen und diesen Feind zu suchen, damit in Kent Noah endlich Frieden herrschen kann. Okay, Fürst eines Ötlandes ist klar, Prüfungen von Dorens. Fragmente eines zertrümmerten Glaubens. Kanna hat uns wieder was zu sagen. Ich veröffentliche, dass wir unsere Gespräche mit dem Meister Wald ein bisschen anders gehen würden. Aber dann, hast du einen gesamten Kumpel gewonnen. Ich glaube nicht, dass ich niemanden in Herodland so schnell gesehen habe, seit Kent, die jüngere, und ihren Vater der Wille. Ich muss eingestehen, dass ich dachte, unser Treffen mit Mehrwert wird etwas anders ablaufen. Dann aber wieder hast du eine ganze Burg erhalten. Ich glaube nicht, dass ich jemanden in der Art schnell Landärmung gesehen habe. Seit Kent, die jüngere, den Willen ihres Vaters las. Was auch immer das heißen soll. Das ist die Paladin-Antwort. Ich wünsche, ich hätte zu ihm durchdringen können. Anscheinend gehöre ich jetzt zum Landadel. Genau. Ich stelle mir nur die Frage, die Türwälder werden sicherlich eine Weile brauchen, dich Thian oder gar Fürst zu nennen. Damit nahe ich nicht, dass du diese Tieren nicht verdient hättest. Aber solche Angelegenheiten sind immer recht kompliziert. Trotzdem bist du praktisch König der Burg. Es wird dir eine Basis geben, von der du zumindest zu suchen gehen kannst. Und dann sind noch die Geheimnisse hinter der Kippen. Mit dir am Helm sollte es leichter sein, die endlosen Fahrzeuge zu erfüllen. Gut, reden wir doch mal mit ihr über die Barrikade. Es ist gut, dich hier zu sehen. Ich kann schon eine Veränderung im Luftraum fühlen. Es ist viel zu tun. Ist es etwas, was ich zu helfen kann? Ich kann es so jetzt auch aufrufen können. Sehr schön. Kurz sicherheitshalber machen wir jetzt hier mal ein Quick Save. Ich weiß halt nicht, wie es jetzt mit Eda und Duwins weitergehen soll. Duwins hat ja angeblich irgendwelche Prüfungen für mich. Und Eda wollte ja auch mit Meerwald reden. Dieser alte Wächter. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber es war sicher nicht das. Nein, es ist... Nun ist es ein bisschen schmerzhaft. Ich habe nur eine schuldige Idee in meinem Kopf. Ich weiß auch nicht, warum ich dachte, es würde funktionieren. Das ist lustig. Das ist wahrscheinlich das erste, was ich für meine Hoffnung habe. Ich weiß nicht, Jahre. At least habe ich das aus. Ich weiß auch nicht. Ich weiß 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 nicht.